Herzlich willkommen zum WorldSoft Benutzerkonto. Meine Domains bei WorldSoft. Achten Sie bei der Videoeinstellung auf 720p HD und schalten Sie hier auf Fullscreen für beste Qualität. Melden Sie sich auf Ihrer Website an. Gehen Sie dann über das Startmenü und hier unter Mein Benutzerkonto in Meine Domains. Hier finden Sie eine Liste aller Domains, die Sie über WorldSoft eingetragen haben. Sie finden unter dieser Lasche die aktiven Domains, hier eventuell gekündigte oder Domains, die in Bearbeitung sind, zum Beispiel einen Status Waiting haben, weil Sie bei der Registrierungsstelle noch in Bearbeitung sind oder hier alle Domains. Wenn Sie auf eine Domain klicken, sehen Sie auch hier den Status, den Typ, mit welchem Programm die Mails abgerufen werden können und hier Services, zum Beispiel die Statistik dieser Domain oder den Zugriff auf das Webmail. Das Admail wird in einem anderen Video erklärt. Sie können in die E-Mail-Administration klicken. Das Erfassen von Mailboxes oder E-Mail-Weiterleitungen wird auch in einem anderen Video erklärt. Und hier über Admin kommen Sie in erweiterte Administration zu dem CMS-Paket. Hier sehen Sie zum Beispiel den Speicherbedarf, können auf Sicherheitskopien zugreifen. Die meisten dieser Laschen hier oben werden in anderen Videos erklärt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.